Moin oder Willkommen zu einem kleinen speziellen Video. Heute schauen wir uns verschiedene Setups von euch an. Es haben viele Leute Setups reingeschickt, zum Beispiel Säftig oder Noldimus oder Slin und viele andere. Und deswegen sagen wir, rein da. Der Ehrenwerte Jonas hat für mich alle Setups reingetan. Halten wir den Namen als Fan, damit ich noch nicht weiß, wer das ist. Aber wir haben in die Bilder-Credits reingepackt, also euren Instagram-Namen. Das heißt, ihr bleibt nicht ohne. Macht das Sinn, was ich da gerade gesagt habe? Keine Ahnung. Der erste Bild, okay, es ist von Jonas selber. Und er hat eine, okay, er hat so eine, diese G-Bild. Warum ist da eine offene HDD? What the fuck? Okay, der hat selben Kopfhörer wie ich. Ehre. Die Moin ist anders wild. Ein iPad. Was ist das da, Digga? Ich habe keine Ahnung, was das ist, ne? Äh, ein... Okay, Digga, hä, ist übel smart. Einfach ein 4 zu 3 Bildschirm genommen, aber das ist umgedreht. Hä, ist übel smart. What the fuck? Jetzt ist hier so eine Blackmagic-Kamera da, mit Mic. Road-Funk-Strecke. Das Ding da? Lol. Okay. Ähm. Und hier, was hat man so schlecht aus dem Browser? Hehe. Jo, nichts Besonderes. Hast du eine Phobie? Müssen wir bald mal zocken wieder, Digga. Reiner. Der nächste ist immer noch Jonas 1, 2, deshalb, okay. Äh, unter so einem Tisch. Okay. Hier ist ein Mischpult. Wait, ich... Jetzt kommt mir bekannt, was ich glaube. Ich hatte das auch mal gehabt. Ist das... Ne, ich hatte ein kleineres gehabt, ne? Ich hatte ein kleineres gehabt, ja. Ich hatte aber was von derselben Firma gehabt, das dann zu billig war und dann das Pre-Amp zu kacke war. Hier die Kopfhörer. Hier ist mein... Das ist der Mic. Der hat dann drei Bildschirme in derselben Größe und derselben Ding. Alter, ich finde das manchmal so geil, ne? Leute haben so drei gleiche Bildschirme. Dann komme ich. Neuer Bildschirm, alter Bildschirm, kleines iPad, ein großer Plasterfernseher. Das sind meine Bildschirme. Ich habe das nicht gleich. Ich habe... Äh. Oder noch, ähm, eine Webcam. Joa. Und legt ein DVI-Kabel rum. Perfekt, Digga. Geil. Der nächste ist Chaos, Simon. Und... Der hat sogar auf Ehre meinen YouTube-Kanal laufen. Perfekt, Digga. Äh, okay. Also, ich muss sagen, dieses Setup ist halt actually sogar echt bequem. Du kannst halt hier oben so zocken. Auf der Couch hocken. Das ist einfach so ein kleines Eck-Setup-PC. Äh, Maus leuchtet, das leuchtet, das leuchtet. Alles klar. Hier ist ein Schokohase. Ähm, ein großer Fernseher. Oben so eine Box für Musik. Keine Ahnung. Ist actually ein sehr, sehr bequemes Setup. Kann man anders nicht sagen. Ist ein sehr bequemes Setup. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, diese fucking Wände übelst geil. Sieht echt cool aus. Okay. Und hier nochmal von der Weitwinkelaufnahme. Das ist ein PC da unten. Oh, so ein Kabel-Dingser. Wild. Was ist das da? Keine Ahnung. Aber ey, es sieht halt ehrlich gesagt übelst, ähm, tisch aus. Ja. Der nächste ist säftig. Da freuen wir uns doch alle. Okay, er nimmt, er hat einen Rode-NT-USB. Warum ist das auf Schallabsorbern auf solchen Dingen einfach festgebunden? Geil, Dick. Auch noch nie gesehen. Geil, Mann. Geile Aussicht in den Bergen, wie man es kennt. Zwei Bildschirme. Was? Hä? Okay, ist das so weird? Das ist irgend so eine Tür von einem Schrank. Und da drauf ist sein Bildschirm. Okay. Geil. Nein. Der hat so einen Tisch, wie ich mal früher hatte. Diesen, diesen, diesen einen. Geil. So einen Kindertisch, wo man so einen Lineal hat. So eine kleine Ablage. Boah, das ist ja richtig geil. Dann, äh, ach, die selben Maus, nee, nicht, nee. Ähm, ein Rocket-Mouse-Pad. Ähm, es gibt eine Rocket-Maus. Und eine Webkursung, klein zu tief. Aber ich finde das hier, Digga, wirklich geil, Mann. Geil, geil, geil. Okay. Der nächste ist Netox, der Ehrenmann. Und das haben wir hier schon wieder. Einmal so ein Bild. So ein Bild. Und der hat einmal noch für den Joke, Digga, wo wir mal telefoniert haben. Einfach das hier gemacht. Ich hab mir einfach das Bild geschickt. Irgendeinen dummen Scheiß drauf geschickt. Und ich hab mir nur noch mit Manny so, blub, so eine Unterschrift gemacht. Und jetzt hat er hier das Bild von Miata, Mann. Geil. Irgendeiner Mongas-Charakter. Sieht irgendwie aus wie so ein halb abgeköpfter Dude. Hier ist ein Fernseher. So ein Lego-Dings da. Geil. Er ist auch bequem, Digga. Dann mal hier. Puls V2 AK Julien, der Ehrenmann. Äh, dieses Bild ist mega verzehrt. Ähm. Aber ich glaub, ich hab ein Screenshot deswegen gemacht. Keine Ahnung. Er hat drei Bildschirme. Ähm. Zwei Softboxen. Kann man was hier draufsteht. Hier ist sein Mic. So eine Minentastatur ohne Numpad. Drei Bildschirme. Digga, das ist ein echt geiles Setup. Weil alles so... Oh, das Mordpad ist so riesig, Digga. Ist einfach... Das ist echt cool. Alles zu einem lila-blau-Look, Digga. Ich find das doch wirklich geil. So lila-blau. Lila-blau. Ist echt cool, Digga. Echt geil. Ich könnte meine eigentlich auch so machen, Digga. Ist echt geil. Dann haben wir hier nochmal von ihm einen PSA 1. Hat er. Hier einen Lüfter. Ganz viele Verpackungen. Ja. Ist halt wirklich geil. Ich find euch für noch eine fucking Verpackung manchmal so schön, Digga. Geil. Und hier ist ein PC. Alter, wild, Digga. Drei Lüfter. Hier nochmal Lüfter. Alle mit RGB. Schade, dass der halt so unten steht. I mean. Bling, bling, kommt dahin. Auf den Tisch. So ein Ding ist das. Ist ganz geil. Hier ein Stream Deck. Was ist das? Alexa oder sowas? Kopfhörer. Und ja. Ist halt... Ist auch geil. Ist auch geil. Kann man nichts sagen. Ist auch geil. Ach, wie slim. Einmal ein Bild vor der Hand. Geil. Da ist ein Schrank. Galon, ein Kissen. Was ist das da? Kann man hier erkennen. Ein Klavier? Ist das richtig? Ist ein Setup. Okay. Hier ist ein Mike mit einem Popschutz. Zwei Bildschirme. Und auf Büchern und einem Tisch. Bruder. So muss das sein. Hat dich früher auch gehaftet, Digga. Geil. Er hat das Bild geschickt und meinte, er ist so voll zum Aufzählen. Deswegen schickt er es mir so. Ehrenmannslind. Danke, Digga. Der nächste ist Noldimus. Und... Bro. Fuckin Beefy ist ihm mal eingetippt. Ehrenmann. Der hat ein NT... NT... 1A? Äh... Ein kleines Mauspad. So ein Eckbildschirm. Krass, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte... Ich dachte jetzt einen normalen Bildschirm. Aber ja. Ähm... Tastatur. Hier ist ein Spiegel. Kann man... Ich glaube, man kann ja gerade mit einem Runddissel sehen, oder? Mit seinem Handy. Geil. Aber ja. Ähm... Ist auch ganz nice. Oha. Das waren auch schon... Alle. Bro. Oh, ich bin da richtig durchgerusht. Alter. Heidegescheiße. Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine... Ähm... Aber feine... Setup-Video... Hier gefallen. Aber ja. Das sind all eure... Setups. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm... Ja. Schaut auf Twitch dabei, ne? Easy Connet, Bro. Äh... Schaut eurem Podcast an. Äh... Folgt mir auf Twitch, YouTube, keine Ahnung. Instagram, Discord. Genau. Ja. Tschüss. Ichez. – – – – Schaut. Schaut. Brava. –